Ich würde sagen, die Anti-Baby-Bilder sind nicht das die ganze Pinke hier. Ich brauche aber... Tschü! Wenn der reingegangen wäre. So, damit herrscht willkommen zu einem Neuverkauf auf meinem Kanal. Heute geht es um Live the Game. Das war vor 10 Jahren mal in, aber was soll ich sagen? Gönnen wir uns einfach das Spiel. Eigentlich die Kamera... Ja, eigentlich. Starten wir das Spiel. Get born. Jetzt werden wir geboren. Geboren. ja ich würde eher sagen dass noten und da singt man eher als man redet aber wir lernen reden 1 plus mit ständen ausdrücken 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 also ich würde ja nicht sagen das gleiche problem feinde tinder ja nein ja ok warum wohl nicht ja nein nein ja 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 die match so was hatte ich auch noch nie werfen ja da habe ich schon einen dran ganz geschafft internet habe ich internet gelesen ich habe internet keine ahnung was da wirklich stand get married so würde ich hingehen so würde ich hingehen wenn es spaß wir ziehen uns richtig an ja get kids oh junge oh zwilling juli ok wir bis ins vier new car travel wait kann ich lesen und travel ticket die wollen sich umbringen ich habe das falsche kind angeklickt ja wahrscheinlich was das warum lässt ein paar kinder bewachen das nicht schlau gefekt da weg da ich würde sagen die anti baby bilder dass die ganze pinke hier ich sag dir meine anti baby pillen die ich eigentlich brauche aber wenn der reingegangen wäre das ist ja so ein freakshot arme na rein da rein da die kamera blockiert einfach hier mein ganz wir sterben eine schweigeminute der war F.B.R. Ich muss hier was machen. Terry Pritchett Das war's mit diesem Video. Wir haben das durchgespielt. Dann würde ich sagen, lass doch vielleicht mal ein Like da, um mich zu motivieren, mehr Videos zu machen. Lass doch vielleicht ein Abo da. Lass einfach ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Euer Shadi. Tschüss.